Lalalala, oh, hey Freunde, hier seid ihr auch wieder da und willkommen zu einem neuen Video auf der Knoooool-Adi! Ja, wir sind in der letzten Folge Polizist geworden, haben jetzt einfach eine Stelle als Officer und zusammen mit Eifelsteinen können wir jetzt auch ein bisschen die Verbrechen in der Stadt lüften. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal raus und machen erstmal die Gartenarbeit, obwohl... Hä, Gartenarbeit? Nee, gar keine Lust darauf. Ich würde sagen, gehen wir zu Alpha! Mal gucken, ob der da ist! Alpha! Alpha! Hör, die Klingel ist weg! Äh, Alti! Hehe, äh, was hast du vor? Hier, wir haben heute mal wieder ein bisschen Verbrechen zu lösen! Ich war gerade noch 10, 2, 1 Minute... Alpha! Ja, okay, ich komme, das war gar nicht mein Bad, ich komme, was geht? Oh, danke, danke, danke! Was Gesundes für dich! Ey, hast du schon gehört? Was? In der Stadt soll einfach was Neues sein, komm mit! So, mit meinem Auto fahren! Ja, gerne, Mann! Komm, schreibe ein, Bro, keine Angst, ich fahre nicht dahin, wo du willst! Let's go! Let's go! Boah, ich fahre so schnell, ich muss echt vorsichtig fahren! So, in die Ecke! Lol, guck mal, was da steht! Ganz wichtig, nächstes Mal ganz langsam und schön vor! Hallo! Und jetzt, Aiti! Auf dem Kanal! Aiti! Was geht? Äh, wo soll ich da gefahren? Ah, warte, warte, stopp, 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 stopp! Guck mal, die haben einfach bei der Baustelle weiter gebaut! Hä, wirklich? Wo denn? Hier im Boden! Hä? Ich sehe gar nichts! Hä, echt nicht? Nee! Ah, egal, egal, egal! Hehe, hehehe, hehehe! Weißt du, was ich eigentlich nur wollte? Ich war so ein Auto klaut! Tschüss! Hey, haha, ich bin jetzt hinten drauf! Steig aus! Ja! Hey, das ist allein, es geht die Runde hier! Park jetzt! Vorsichtig, ich mach keine Kratzer! Hör auf! Oh mein Gott, mein Gott! Hey, Jungs, wir haben geparkt! Ja, reicht, glaube ich, so. Okay, wo willst du jetzt hin? Hier! Zur Arbeit, Mensch! Wir haben uns noch... Ende! Ein paar Jobs für uns! Hey, Jungs! Was geht, Jungs? Wir sind einfach die Besten hier, die Coolsten, wisst ihr das schon? Ja, Mann! Oh, guck mal, hier ist übrigens auch noch der Verbrecher, den wir im letzten Video gefangen haben! Das ist einfach Spidey! Dein Zwillings... Was geht, du? Oha, du frechste... Oha, was schlägst du mich? Okay, du hast nichts gesehen! Das war eine Erziehungsmaßnahme! Okay, wo gehen wir jetzt lang? Nach oben! Wir gehen erstmal zum Officer und fragen, ob der neue Jobs hat! Okay, gehen wir mal zu ihm, gucken, was er zu sagen hat! Klopf, klopf, klopf! Hallo? Hallo? Oh, Officer! Hallo, Chef! Was? Hast du gehört, der Officer hat was Neues für uns? Hä? Ich hab's nicht ganz verstanden, kannst du doch mal wiederholen? Was? Wir sollen unsere sieben Sachen nehmen und dann ab zur Höhle? In der geheim alten Mine ist angeblich was versteckt und zwar die hat die Bank ausgeraubt! Oh nein, schon wieder, ey! Wir müssen die Bank nächstes Mal echt sicherer machen, Mann! Das darf nicht nochmal passieren! Ja, als nächstes sind wir mal 24 Stunden Sicherheitsdienst, aber ich würd sagen, komm! Nimm deine Sachen und zieh deine Weste an! Hab! Alpha, wir müssen los! Du den Polizeiautos! Komm, ey! Ja! Ab dafür! In die Garage, let's go! Obwohl, äh, Autos... Doch, Autos sind immer besser! Doch, 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 komm! Aber wir müssen mit Autos hinfahren! Ja, mit Autos! Komm! Ja, gut! Wow! Alter! Du musst echt... Ah, ey! Du kannst nicht durch mich durchfahren, Mann! Das geht doch nicht! Ja, komm mit, Alter! Alter, ich bin so schnell! Let's go! Hä, wo bist du hin? Ich seh mich gar nicht! Ja, wir wollen doch da oben hin! Ja, ich bin doch hier! Ich seh dich nicht! Hier! Ach, da! 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 Hä, wo bist du lang? Da! 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 Äh, ich hab's nicht! Wo bist du? Ich will dich nicht! Aber wo ist denn immer dieses komische... Achso, ich weiß wo! Äh, wir müssen ein bisschen umgehen! Ah, was geht's! De, 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 de... Ähm... Alpha, wir drehen um! Ah, das war in die falsche Richtung! Let's go! Ich hab's! Ich hab's! Ja! Ich fahr nochmal in den sicheren Weg! Da! 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 Oh mein Gott, die Bank ist einfach wieder auffallen worden, Leute! Alpha! Hä, der ist schon... Wist du? Der ist schon da, Alter! So, ich hab's jetzt auch! So, da, 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 da... Wow! Alpha, ich... Ey, ich muss echt den Führerschein nochmal machen! Hier sieht man, ja! Wow! Komm, ich hier! Und wir sind da! Alpha, bist du auch hier? Ja, natürlich, hinter dir! Was geht? Ja, komm mit! Da drinnen! Schnapp dir mal deine Waffe, ne? Hab ich! Es soll echt brandgefährlich sein! Es soll einfach das ganze Zeug geklaut haben! Ah, stop! Stimmt das wirklich? Ich weiß nicht, Alpha! Ey, weißt du, ob der eine Waffe bei sich hat? Ich denke mal, da... Oh, das ist mein Kanz! Sollen wir mit den fahren? Ja! Übrigens, der Polizist meinte, der Typ soll Marvin heißen! Hä, Marvin? Marvin! Ah, Marvin! Okay, schau rein! Let's go! Ab in die alte Mine! Wow! Ist das so laut, ein bisschen? Wow, das... Ach, aber das passt schon! Wow! Ich hoffe, ähm... Egal, wie sehr gute Polizisten... Wow! Alter, das ist ja eine Spritztour! Hä, wo geht's lang? Hallo! Wow! Hä, Moment mal, ich steig aus! Nein! Oh, oh, das glaube ich jetzt erwischt! Oh mein Gott! Ja, nee, Mike hat nicht stehen geblieben, zum Glück! Alter, guck mal da hinten! Da ist einfach Marvin! Lol! Langsam! Langsam! Das sieht aus wie Ente! Moment mal, wir gucken uns den mal genauer an! Hä, das sieht aus... Ist das nicht Entes Zwillingsbruder und dieser Marvin? Ich glaube schon! Oh mein Gott! Hä, da hat er einfach so einen Gold-Tresor! Also soll wir da wirklich hingehen? Ich weiß nicht, bin mir unsicher! Wollen wir vielleicht erst mal einen Warnschuss auf die Fledermaus machen? Äh, okay! Oh, da sind sie erst dran! Oh, er kommt! Oh, er hat es geschnallt, Alter! Oh, pass auf! Oh, er ist ganz gefährlich! Oh! Aber! Der bedroht uns mit deiner Waffe! Was sollen wir tun? Oh! Oh, er hat dich erst so sehr gedroht! Soll ich ihn mit Handschellen festnehmen? Ja, dann war er denn fest, Alter! Wirklich? Ah! Das ist meine Handschellen in der Hand! Nee, vielleicht will er nur reden! Vielleicht will er nur reden! Nein! Der ist böse, Alter! Ja, guck mal, er ist ganz nett, der Junge! Und auf ihn! Ey, schieß nur auf mich! Alter! Guck mal, er ist doch ganz nett, du siehst es doch! Er macht nichts! Alter, mach aber was! Das ist einfach etwas besser als Spillingsbruder Marvin! Du siehst, wie nett er ist! Er macht überhaupt reinge... Ja, okay, ich nehme ihn fest! Ich habe ihn festgenommen! Loll! Alfa! In meinem Rucksack! Ja, hier, dieses Lirale-Item, das ist er! Hast du ihn in dem Polis-Pack? Ja, ich habe ihn in der Kapsel! Alter, lass mal schauen, was er da überhaupt gemacht hat! Ja, lass mal gucken gehen! Hä? Was ist das? Guck mal! Hat er hier was versteckt? Warte mal, ich hole ihn doch mal! Ey, hast du ihn hier versteckt? Oh, okay, okay! Boah, ist ja frech! So habe ich ihn wieder in der Kapsel! Ey, lass mal aufmachen! Kann man das aufmachen? Zack! Alter, Schwede! Was? Das hat er versteckt, darauf müssen wir ihn doch mal ansprechen! So, Moment, ich muss hier erstmal durch! Äh, Marvin, wo ist das hier? Ey, Alter, komm mal raus! Erklär es mir, los! Komm raus! Ey! Komm raus! Okay, er will nicht reden, ich bin draußen! Oder wollen wir ihn vielleicht einfach einsperren? Da drin! Ja, mach ihn mal rein! Lassen wir sowas Polizisten machen? Egal! Tschüss! Jetzt ist er da drin! Aber wir müssen dem Bankier das alles zurückgeben, also los, haften! Du kriegst ja nicht langsam Hunger, obwohl er der goldene Äpfel! Äh, du kannst ja sagen, man, äh, komm, wir nehmen lieber mit! Wir dürfen deinen Straftäter hier nicht einfach so in Freiheit lassen! So, hab ich mitgenommen! Wie, wie soll man dem Bankier das, soll man dem Bankier das sagen, dass hier alles ist? Müssen wir, müssen wir! Sonst riskieren wir unseren Job, das ist viel zu gefährlich! Wir müssen hier alles melden! Aber warte mal, guck mal! Guck mal, der Kiste hier! Ja! Noo! Noo! Ey, fällt das... Nein, einfach, das machen wir nicht! Alle beide! Aber, komm zurück, das ist zu viel! Wir sind keine Freunde mehr, Alter! Ich kündige den Job! Ich brauche dich nicht mehr! Tschüss! Aber! Du kriegst dich niemals! Du Schwein! Das gibst du alles schönem Bankzeug! Mich kriegst du nie! Ich bin unaufhaltbar! Hier! Ich fahre wieder hoch! Ah! Okay! Ey, ey, ja! Ich bin so schnell! Ja! Oh, oh, komm schnell! Ich geh hoch! Ja, es funktioniert jetzt! Komm, 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 komm! Ich bin auch mit! Ja! Alles lämmernd für mich! Hafa, wir müssen echt in Einsparen! Das ist kein Kinderkram, das wir hier machen! Ja, wir haben die dabei! Die jetzt habe ich in meinem Obhut! Wir können die... Wir liefern die natürlich auch der Polizei zurück! Ja, dann warte wenigstens mal kurz! Da bin ich auch mal raus von Garten! Soll ich lasse mich jetzt auch mal langsam rein? Ja, hat sich gelohnt, Alty! Sehr schön! Ich wollte sagen, schnapp dir dein Auto! Wir fahren zu einem zur Woche! Warte, wir müssen dich auch wieder zurückbringen! Moment! Ich muss dich wieder abbauen! Ja, ja, ja! Du bist einfach nur ein Kindskopf! Nein, das andere ist weggerollt! Nein, egal! Wie auch immer! Schnapp dir das Auto, Alter, Schwede! Ja, mein Auto! Er ist nicht deins, Junge! Ach, egal! Wir haben die gleichen Autos! Kann man unter Wasser fahren? Ja, heutzutage ist so was möglich! Wir kommen hier hoch! Und wir haben uns zurück zum... Alles geschafft! Hä? Boah, einfach los! Zurück zur Woche, Junge! Ja, einfach los, Bro! Beeil dich! Beeil dich! Junge, wir haben keine Zeit! Zur Bank gehen wir danach! Wir müssen jetzt wieder einsperren! Aber warte! Alter, Alter, Alter! Halt mal kurz an! Halt mal kurz an! Bevor wir reingehen! Wir haben wirklich jetzt richtig viele Diamanten! Sollen wir die wirklich zurückgeben? Boah, ich weiß nicht! Guck mal, wie viele! Oh, Junge, ich würde die so gern haben! Ey! Gib die her! Los! Alty! Gib! Ja, gut! Nee, Alter, wir müssen... Wir müssen die mal auf der Bank abgeben! Ja, okay, doch! Wir müssen färbleiben! Komm, steck ein! Ja! Warte! Und erst mal rein in die Polizeistation! Ja, da ist die Garage! Wir müssen die Autos jetzt wieder parken! So, wo ist mein Parkplatz? Das ist kein Parkplatz, Alty! Willst du den Führerschein wieder verlieren, oder was? Ja, wir lassen es! Ja, los! Wir schaffen es hochgehen! Lass es hochgehen! Ey, Officer, wir haben hier schwere Ladungen! Richtig schwere! Warte, wir haben auch diesen Rabauken hier! Wo sollen wir die einsperren? Hier! Ist die auch die freie Zelle? Oh, das ist keine Zelle! Ja, wir sind rein! Ab in die Gummizelle mit denen! Guck mal, drinnen kann man einen schönen Spaß haben! Ah, okay, 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 okay! Oh mein Gott, guck mal, wir haben einfach Zweiki und Marvin gefunden! Die sind ganz schön aggressiv! Die schlagen hier durch die Tür durch! Ey! Aber komm nach oben jetzt! Okay! Keine Zeitverspielchen! Officer, wir haben es mal wieder geschafft! Und wir haben, äh... Gar nichts! Auf jeden Fall war es ein schöner Tag, ey! Ja! Wir packen das mal zurück! Machst du es gut, Officer? Tschüss! Tschüss! Boah, einfach... Alty, gib mir die Hälfte! Ich weiß nicht, ob wir das... Sollen wir es nicht über die Bank zurückgeben? Gib mir die Hälfte! Die merken das doch! Guck mal, was ich in der Hand habe! Gib mir die Hälfte! Ja, gut! Gut! Ähm... Das hier ist niemals passiert, okay? Alty, wir machen sowas nicht! Wir behalten nur jeder einen Steak, okay? Nein, es ist wieder gar nichts oder alles! Ja, gut, wir sagen aber trotzdem Bescheid, wo der Rest des Schatzes ist! Okay! Das ist unser Job als... Unser... Unser Job als Officer! Let's go! Yo, yo! Yo, yo! 50 Jahre zurück in das Haus! Ja! Wir haben auf jeden Fall News für Sie, Fresher! Und zwar haben Alpha, MC und ich einfach den Täter gefasst und unten in der Mine ist alles in einem anderen Tresor! Genau! Was? Als Belohnung kriegen wir 128 Dears? Äh... Dankeschön! Ja, eins denkt für mich und eins denkt für dich! Ja, Mann! Äh... Das ist auf jeden Fall eine nette Großzügigkeit! Sowas machen wir gerne öfter! Ähm... Ja, äh... Danke! Tschüss! Dann wollen wir doch mal mit dem Auto geparkt! Komm, wir gehen da hin! Ach, das war eine Misti, der Junge! Der hat uns auch oder sowas gegeben! Oh, ja, da hast du recht! Aber egal, jetzt haben wir wenigstens mehr auf Lager! Dann kannst du hier bald auch ein Auto kaufen! Ja, da hast du recht! Ja, gut! Ja, ich pack ein, Bro! Und ab nach Hause, Freunde! Lasst ein Like da, wenn euch Ante gefällt! Mir gefällt Ante auf jeden Fall! Ante ist einfach so ein toller YouTuber! Macht jeden Tag ein Video! Genauso wie IT und genauso wie ich! Bist einfach so cool momentan unterwegs! Aber, IT, ich glaube, ich packe jetzt hier erstmal meinen Packplatz! Moment, ich muss hier erstmal kurz um die Kurve! So, und dann schnell rückwärts einpacken wie ein Profi! Äh, klappt, oder? Junge, Alter, noch zwei noch mit Lebens! Oha, guck mal, wie gut ich bin! Gesehen! Aber, Alpha, wir müssen uns in zwei Jahren noch... Bumm! Gib mir alle deine Ideen! Sofort! Alpha, jetzt mal ernsthaft! Hier sieht uns keiner! Gib mir alle deine Ideen! Alpha! Gib! Hä, was ist das Ende? Ah, tschüss! Ey, Leute, das war echt... Das war echt eine knopftige Angelegenheit! Tür zuverschlossen! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da! Lasst ein Abo da! Schreibt auf jeden Fall ab, wie die Ideen das behalten sollen! Oder nicht? Hohohohoho!